Ihr lieben ölverseuchten und verschmierten Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge und mein Kopfhörer macht sich ja selbstständig, verdammte Axt. So nochmal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Öl, Turmeul, meine ich. Jetzt geht's aber los hier. Wir gehen wieder zur Landauktion. Es nützt da alles nichts. Jetzt wird's nämlich langsam spannend, denn die Felder werden weniger. Hier oben kann ein 45er sein, hier kann aber auch nur ein 29er sein, aber mein ist es noch nicht genau. Wir schauen mal, wie die anderen reagieren. Okay, die bieten sich schon mal zu Tode. Dann gehen wir hier hoch, ne? Da kennen wir nichts. Da sind wir zufrieden, die können ihre Kohle vergeben. Und wir hauen mal wieder rein hier. Wir sind bereit, jawoll, sind wir. Raufs aufs Feld. Ab jetzt werden die Level vom 1. Januar bis 31. Dezember andauern. Und das ist ein ganzes Jahr? Glaubst du, du kannst kein Öl mehr unter der Erde ist? Klicke auf den Schalter-Symbol und tritt mit der Verpachtung zurück. Veränderst du das Level vor dem 1. Dezember, so erhältst du einen Bonus. Alles klar. Wünschst du dir manchmal, dass alles etwas schneller vorangeht? Halte hierzu den Schnellvorlauf-Knopf gedrückt. Ja, das ist nett. Komm, findet was, Leute. Ich hab keine Zeit. Wohl, ich hab mal genug Zeit. Es dauert ein ganzes Jahr. Im Hintergrund mähen die Schafe, die mähen den Rasen. Jetzt hast du was. Sehr gut. Zack, mein Freund. Gibt's gleich ein Pferdchen dazu. So, jetzt muss man mal gucken, wohin, ne? Dankeschön, mein Freund. Du gehst natürlich auch runter. Oh, 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 oh. Ich ahne, Schlimmes. Ihr seht die Kohle oben. Ach, Gott sei Dank. Du hast auch was gefunden. Das ist gut. Aber wir brauchen erstmal geile Pferdchen. Die müssen erst ein bisschen Kohle verdienen. Ja, ich muss leider erstmal das so machen. Es nützt nix. Ein bisschen verkaufen. Okay, weiter geht's. Bitte, 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 Öl vorkommen. Ja, reicht das schon? Ja. Sehr gut. So, da haben wir das. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen Kohle machen, Leute. 79, 78, 71. Oh, ihr wollt mich doch... Ihr könnt mich doch mal gerne haben, ehrlich. Und jetzt gehen wir schon hier rüber. So, ein bisschen Gas geben. 84, so, du hast ja auch noch einen gefunden, hast du gesagt, ne? Dann bohren wir uns mal hier rein direkt. Und dann gibt's schon das erste Lager. Gehen wir hier weiter rein, damit ich was sehe. Du hast noch nisch gefunden. Ah, nicht schließen, du Knallerbse. Achso, wir haben kein Geld. Nö, kein Geld. Arm wie die Kirchenmäuse. Jetzt aber, komm. Och Gott, nee. Das ist ja ein ganz kleines, süßes Löchelchen. 86, Leute. Das ist doch Verarsche. Machen wir den mal da drüben hin. Machen wir die Hähne zu. Und ihr legt mal los hier. Wie die jungen Götter. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. 77, 80, 79. Oh Gott, nee, ehrlich. 78, 76. Jetzt sind's beide gleich, okay. Ich brauche gerade aktuell ein bisschen Geld. Jetzt fallen beide. Nein, komm. Noch mal schnell was verkaufen, bevor es noch weiter fällt. Wenn ich zumindest das hier kaufen kann, ja. So, Ruhe jetzt. Weiter, weiter. Immer weiter, Popeiter. Boah, diese Preise, ehrlich, die sind doch wieder mal im Keller. Wenn's an der Tankstelle auch so wäre. Aber nein. Macht schön voll, die Kanister. Oh, jei, 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 jei. Wo könnte man noch hin bohren, hä? Ich muss mal so einen Wünschelmann noch losschicken, aber es macht nicht viel Sinn, ne? Na, im Moment kann ich gar nichts machen. Okay, links steigt's wieder ein bisschen. Und rechts steigt's auch wieder ein bisschen, okay. Ich muss gleich den Überschuss verscherbeln. Ja, gibt's nix. Gib mal Gas, Jungs. Lass mal nur mal vier verkaufen. Und der andere kann weiter abfarmen. Dupi, dupi, dup, dupi, dup, 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 dung. Nicht, dass mir der Mist oben rausspritzt, wisst ihr? Das wollen wir ja nicht. So. Ja, was machen wir jetzt? Hier ist ja gar nichts mehr los. Ach doch, das ist ein großes. Oh, okay. Habe ich wieder meinen Mund zu voll genommen. Das ist ein kleines, okay. 92, 91. Oh, gib Gas, Junge. Da können wir ein bisschen was verkaufen. Das geht gut. Oh, machen wir denn hier ist mit Sicherheit noch irgendwo was drunter. Okay. Der ist auch nicht grad klein. Oh, du kannst hier nicht so viel rumbrühen. Doch, da ist noch einer. Ein kleiner. Oder? Ist das ein kleiner? Na, schauen wir mal. Können wir auf jeden Fall ein bisschen verstärken, die Nummer hier. So, da haben wir noch ein Pferdchen dazu. Sicher ist sicher. So, 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 so. Das sieht gut aus. Das sieht nicht schlecht aus. Da drüben bleibt er stabil, da 1,10. Mit drüben wächst er langsam an. Da gehen wir mal hier drüber. Machen wir mal 3,3. Die Konkurrenz auch ein bisschen was davon hat, wisst ihr? Krabbeln mal hier runter. Gehen hier nochmal in die Verstärkung. Okay, hier gibt's nichts. Können wir noch ein bisschen hier drüben gucken. Okay, hier gibt's auch nix. 1,4,1,5 sieht gut aus. Dubidub, dubidub, dubidu. Na, schauen wir mal. Ja, 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 ja. Hier oben ist einer. Gehen wir gleich wieder zurück. Dahin. So, du bist bei 94. Nee, da werde ich nicht verkaufen. Ich gehe hier rüber. So, da haben wir hier den zweiten angeknackst. Hier haben wir auch den zweiten. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch hier drüben ein bisschen was, ne? Geh mal rüber. Komm, noch ein Pferdchen. 250. Nämlich kann aber aktuell hier keins, kann ich hier eins, hier kann ich einen hinbauen. Sehr gut. Dann werden wir das auch machen. Wenn wir den nämlich in Ruhe vollpumpen. Und wir gehen hier drüben noch ein bisschen bohren am besten. Ich muss ein bisschen in die Richtung gehen hier. Ja, die Verzweigung wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? 76, 87. Nee, komm. Etwas sparen. Etwas sparen, wenn es einem gut geht. Hier drüben könnten wir aber auch noch mal ein bisschen rumgehen, ne? Oh, hier gibt es mit Sicherheit noch einiges. 70. 78. Oh, jetzt fällt es aber Rapier. Okay. Na, schauen wir mal. Wir müssen suchen, suchen, suchen. Es nützt nichts. Okay, hier gibt es nichts mehr. Das kostet halt alles einen Haufen Geld, dieses Gesuche. Aber wir können es aktuell nicht ändern. Es kann sein, dass halt auch gar nichts mehr da ist, ne? Weil die drei jetzt einfach so erwischt hat, zufällig. Nur 88 da drüben. 89. Ah, hier haben wir noch einen fetten. Okay. Sehr gut. Dann lutschen wir den noch mit leer. So, und ich würde sagen... Da schießen wir gleich rüber hier. Leute, zack, los geht's. Mal richtig Kasse machen. Zumindest ein bisschen. Ach, hier drüben ist noch einer. Da haben wir noch einen. Einen ganz kleiner. Wie süß. Aber besser wie nix, ne? Besser wie nix. So, der hier oben ist leer. Der saugt schön leer. Wunderbar. Gehen wir hier gleich noch ein bisschen weiter runter. 90 hast du im Moment. Okay, das... Okay, ja, ja. Wir haben ja neun. Wir haben neun, Leute. Okay, okay, okay. Wir halten uns noch mindestens bis zum Schluss. Aber der eine Wurzel hier. 500, ey, alter Schwede. Das kann immer noch ein großes Feld hier unten irgendwo sein, was wir dann gar nicht sehen. 89. 88. 87, Leute. Ach ja. Oh, nicht noch weiter runter, bitte. Warum machst du das? 80. Na klar, man kann zwar ramschen für den Preis, ne? Aber da tut ja nicht Not. Boah. Also hier drüben sieht's ja ganz mies aus, ne? Ach, hier gibt's nisch, ne? Könnt ja hier oben noch mal gucken, aber ich... weiß auch nicht so richtig. Gehen wir hier rüber noch. Kein Feld, kein Feld. Es gefällt mir nicht. Das sieht aus hier. So, wie schauen die Preise aus? 64 und 57. Na ja. Ne, also hier und die Region können wir, glaube ich, knicken. Kann man das hier schließen. Dann machen wir das einfach zu da unten. Und aus die Laube. So, die Dinger sind gleich voll. Wer ist erster? Dann hauen wir den Scheiß jetzt raus. Hier macht er nix. Es nützt ja nichts. Aber wir könnten ein bisschen einen einlagern lassen, glaube ich. 31. August. Naja. Na, ist egal. Ist wurscht. Tanks sind voll. Hier oben noch mal gucken. Ich weiß nicht. Aber ich befürchte, das geht nicht. Nein. Macht keinen Sinn. Können zwar hier unten noch mal gucken in der Ecke, aber... Naja. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt sollten wir verkaufen. Komm. Naja, also ich glaube, hier gibt's nix mehr. Da gibt es nix mehr. Gut, dann machen wir jetzt... Guck mal, wir haben ja schon den 15. September. Oh, 21. Oh, wow, wow. Komm mal. Du darfst auch noch mitfahren. Mal richtig Kohle machen jetzt. 24 bleibt stabil. 25. Das geht aber ab. Der andere geht auch noch hoch, glaube ich, ne? Left Inc. geht doch gerade hoch. Ja. Die, 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 die. 21. Pass auf, da gehen wir hier schon mal rüber mit ein paar. Einfach wohl was können. So. Lass mal so laufen, ja. Der läuft auch hier unten. Wunderbar. Kann man den erhöhen? Den Ausfluss? Naja, klar. Was kostet die Welt, Leute? Was kostet die Welt? 1, 7, 1, 1. Okay. Ziehen wir den hoch. Na, das war wenigstens die Tanks irgendwie noch leer kriegen in diesem Jahr. Haben wir noch ein Pferdchen oder nicht? Oder reicht das, ja? Ich glaube, wir brauchen noch eins. Ich glaube, wir brauchen noch eins. Ja, ich muss jetzt verkaufen, das nützt nix. Aber wir haben schön Geld gemacht. Müssen wir dann sehen in der Bilanz, was ausschaut. Naja, also ich kann jetzt nicht noch warten bis zum 31. Dezember, weil ihr seht ja die Tage vergehen ohne Ende. Und es dürfte nicht zu erwarten sein, dass das nochmal hoch geht. Vielleicht der hier drüben, aber ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Das müssen wir jetzt ausballern lassen. Das nützt nix. Und wir haben noch Pferdchen hier dazu. Komm, go. Brudi. Wir haben ja den großen Winterschlussverkauf heute hier. Hier ist richtig was geboten. 90, immer noch. Ach, das ist aber da drüben 35. Das ist ja mal völlig für die Katz. So, hauen wir noch zwei drauf. Wir haben schon vorletzter Monat. Ist schon bald der erste Advent hier. Siehste mal. Noch ein bisschen. Nee, lass mal laufen. Es nützt nix. Es nützt alles nichts. Können wir auch ein bisschen. Oh, jetzt gehen wir noch hier rüber. Können wir schnell durchziehen. So, super. Was haben wir denn verpasst? Oh, das ist aber knapp vorbei. Mensch, verdammt. Und hier drüben haben wir auch noch so einen dicken Klumpen gehabt. Aber naja, ist mal nicht schlecht. Schön, oh Trommier. Man hätte es ja... Naja, man weiß es nicht. Oh, 27.000 Profit. Wie ist das geil? Machen wir mal die Liste jetzt an ihr. Ja, aber vom Feinsten, Leute. Also, wenn ich was kann, dann kann ich nach Öl bohren. Danke fürs Zuschauen. Abo und Like nicht vergessen. Und kommentieren. Oder sehen wir uns wieder in der nächsten coolen Folge. Bis dann. Tschüss.